Hast du jemals darüber nachgedacht, wie kompliziert es für ältere Frauen ist, sexuell zu sein? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie gesellschaftliche Normen und Persönlichkeiten ihre sexuellen Erfahrungen beeinflussen können? Dieses Video wurde für Menschen wie dich gemacht, die mit Ja geantwortet haben. Begleite uns, während wir uns die Sexualität älterer Frauen auf eine Art und Weise betrachten, die dich zum Nachdenken anregen wird von den Auswirkungen von Stoicismus bis hin zu den sozialen Stigmata, die das Älterwerden und die Sexualität umgeben. Lese weiter, um zu erfahren, warum das Verständnis dieser Dynamiken wichtig ist, um älteren Frauen eine bessere Welt für ihre Sexualität zu ermöglichen und sie in vollen Zügen genießen zu können. Bleibe bis zum Ende dabei, um nützliche Ideen und Erkenntnisse zu erhalten, und beteilige dich an der Diskussion, indem du deine Gedanken in den Kommentarbereichen unten schreibst. Bitte lass mich vorab wissen, ob du mir helfen möchtest, die historische Philosophie weiter zu verbreiten, indem dir das Video gefällt. Ich schlage vor, dass du dich abonnierst und die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keine Videos verpasst, falls du es noch nicht getan hast. Hinterlasse bitte den Kommentar Nummer 1, wenn dir das Thema des Videos gefällt. Wenn nicht, hinterlasse bitte den Kommentar Nummer 0, damit ich ein besseres Video für dich machen kann. Lass uns jetzt anfangen. Erste Untersuchung über die Vorstellungen älterer Frauen zur Sexualität Wenn man sich die komplizierte Beziehung zwischen älteren Frauen und Sexualität genauer ansieht, erkennt man einen Bereich, der von der Gesellschaft oft ignoriert oder missverstanden wird. Viele Menschen denken, dass das sexuelle Verlangen im Alter abnimmt, jedoch zeigen zahlreiche Studien das Gegenteil. Immer wieder wird belegt, dass ältere Frauen nicht nur sexuell aktiv sein wollen, sondern es auch sind. Allerdings wird dieses Thema aufgrund von Altersdiskriminierung und der Verbreitung von Stereotypen kaum öffentlich diskutiert. Die Nichtanerkennung der sexuellen Selbstbestimmung älterer Frauen verbreitet schädliche Mythen und schafft eine Umgebung, in der ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche oft ignoriert oder abgetan werden. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft die Sexualität älterer Frauen betrachtet, ist komplex, wenn man sich intensiver mit dieser Fragestellung befasst. Die Ansichten der Gesellschaft werden durch kulturelle Normen, historische Vorurteile und altersbedingte Einstellungen geprägt, die zusammenarbeiten, um die Vorstellung zu unterstützen, dass Sexualität und Jugend dasselbe sind. Aufgrund dessen werden die sexuellen Erfahrungen älterer Frauen oft ignoriert oder in die Kategorie tabu eingeordnet. Durch diese Vernachlässigung wird nicht nur die Stärke älterer Frauen geschwächt, sondern es herrscht auch eine Kultur des Schweigens über ihre sexuellen Bedürfnisse und Erfahrungen. Um zu verstehen, wie ältere Frauen in Bezug auf Sexualität wahrgenommen werden, müssen wir uns genau anschauen, wie die Gesellschaft diese Themen betrachtet und behandelt. Durch den Kampf gegen altersbedingte Stereotyp und die Stärkung der Stimmen älterer Frauen können wir eine offene und respektvolle Gesprächskultur über Sexualität im Alter schaffen. Es ist äußerst wichtig, Barrieren abzubauen, die offene Gespräche verhindern und sich für die sexuelle Selbstbestimmung älterer Frauen einzusetzen. Nur durch solche Bemühungen können wir eine Gesellschaft aufbauen, die die sexuelle Vielfalt aller Menschen akzeptiert, unabhängig von ihrem Alter. Es ist besonders wichtig, ein groß angelegtes Projekt zu starten, um die falschen Vorstellungen und Stereotypen über die sexuellen Bedürfnisse und Erfahrungen älterer Frauen aus dem Weg zu räumen. Dadurch nicht nur der altersbedingten Vorurteile entgegengewirkt, sondern auch ein umfassenderes und differenzierteres Verständnis von Sexualität geschaffen, das generationenübergreifend ist. Die Idee hinter diesem Projekt basiert auf der Erkenntnis, dass die Geschichten der Gesellschaft oft die sexuelle Selbstbestimmung älterer Frauen herunterspielen oder ignorieren. Altersdiskriminierung, die tief in kulturellen Normen und Einstellungen verwurzelt ist, verbreitet die falsche Vorstellung, dass das sexuelle Verlangen mit dem Alter abnimmt und die Erfahrungen älterer Frauen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwenden lässt. Diese falschen Überzeugungen schwächen nicht nur die Unabhängigkeit älterer Frauen, sondern tragen auch zur Auslöschung ihrer sexuellen Identitäten bei. Um diese tief verwurzelten Vorurteile zu bekämpfen, müssen wir Maßnahmen ergreifen, um eine Kultur der Akzeptanz und des Verständnisses zu schaffen. Dazu zählt das Aufbrechen von verbreiteten Stereotypen durch Bildung, Advocates und tiefe Gespräche. Indem wir die Vorstellung herausfordern, dass Sexualität nur in jungen Jahren möglich ist, zeigen wir, dass sexuelles Verlangen und Ausdruck in jedem Alter gültig sind. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass Menschen jeden Alters ein gutes Verständnis von Sexualität haben, um Empathie zwischen Menschen verschiedener Hintergründe aufzubauen. Die Anerkennung der inhärenten Vielfalt menschlicher Erfahrungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Sexualität, führt zu einer fürsorglicheren Gesellschaft, die die verschiedenen Facetten des Menschseins schätzt. Menschen haben falsche Vorstellungen und Stereotypen über die sexuellen Bedürfnisse und Erfahrungen älterer Frauen. Das Aufbrechen dieser Vorstellungen verleiht älteren Frauen mehr Kontrolle über ihre Sexualität und trägt dazu bei, dass die Gesellschaft fair und offen für alle ist. Indem wir gemeinsam handeln und nicht aufgeben, können wir altersbedingte Vorurteile abbauen und eine Welt aufbauen, in der jeder, unabhängig von Alter oder Situation, mit dem Respekt und der Würde behandelt wird, die sie verdienen. Der Stoizismus besagt, dass Menschen in Bezug auf Sex und Schönheit maßvoll sein sollen, sich selbst disziplinieren und sich auf ihre inneren Tugenden anstatt ihrer Begehrden konzentrieren sollen. Einige Menschen, die Stoiker genannt werden, glauben, dass Menschen mehr Glück und Erfüllung in ihrem Leben finden können, indem sie sich kontrollieren und gute Charaktereigenschaften entwickeln. Zweiter psychologische Faktoren, die es älteren Frauen schwer machen, sexuelle Aktivitäten zu genießen. Wenn man sich ansieht, wie ältere Frauen ihre Sexualität genießen, stellt man fest, dass ihre sexuellen Erfahrungen von vielen verschiedenen psychologischen Faktoren geprägt sind. Neben den physiologischen Auswirkungen haben auch psychologische Dynamiken einen großen Einfluss darauf, wie wir Intimität und Lust empfinden. Sorgen um das Körperbild stehen an erster Stelle dieser Liste von Faktoren. Frauen sehen sich ständig mit gesellschaftlichen Erwartungen und Regeln konfrontiert, was schön und begehrenswert ist. Frauen können Schwierigkeiten mit Veränderungen an ihrem Körper im Alter haben, wie Gewichtszunahme oder Verlust, Falten und Schlafferhaut. Diese Veränderungen können ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen in sexuellen Begegnungen beeinflussen. Diese Sorgen um ihren Körper können sich als Ängste oder Hemmungen äußern, die es ihnen schwer machen, sexuelle Aktivitäten vollständig zu genießen und daran teilzunehmen. Darüber hinaus macht der gesellschaftliche Druck die psychologische Landschaft der sexuellen Erfahrungen für ältere Frauen noch komplizierter. Kulturelle Normen und Erwartungen in Bezug auf Sexualität betonen oft Jugendlichkeit und Potenz, was dazu führt, dass die sexuellen Wünsche älterer Menschen als weniger wichtig angesehen werden. Diese soziale Stigmatisierung kann ältere Frauen dazu bringen, sich schäbig oder unzureichend zu fühlen, was es ihnen noch schwerer macht, über ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. Auch vergangene Erfahrungen wie Traumata oder schlechte sexuelle Begegnungen können einen großen Einfluss darauf haben, wie ältere Frauen sexuelles Vergnügen empfinden. Unbewältigte emotionale Altlasten aus früheren Beziehungen oder Ereignissen können einer Person im Gedächtnis bleiben und es schwieriger machen. Sich in zukünftigen sexuellen Begegnungen zu öffnen und Vertrauen aufzubauen. Diese seelischen Narben können es schwierig machen, sexuelle Aktivitäten vollständig zu genießen und Lust zu empfinden, was jemanden in einem Kreislauf von emotionalen Schmerzen und Vermeidung festhalten kann. Um einen sicheren und unterstützenden Raum für die sexuelle Gesundheit älterer Frauen zu schaffen, ist es sehr wichtig, diese psychologischen Faktoren zu verstehen und damit umzugehen. Wir können die negativen Auswirkungen psychologischer Barrieren auf sexuelle Freude verringern, indem wir ein positives Körperbild fördern, altersbedingten Stereotypen entgegentreten und Menschen Zugang zu einer traumainformierten Versorgung ermöglichen. Außerdem können offene Kommunikation gefördert und sichergestellt werden, dass sich ältere Frauen sicher genug fühlen, um über ihre Wünsche und Sorgen zu sprechen, was ihnen helfen kann, zu heilen und eine bessere sexuelle Erfahrung im Alter zu haben. Um ganzheitliche Ansätze zur Verbesserung der sexuellen Gesundheit und des Wohlbefindens älterer Frauen zu fördern, ist es wichtig zu verstehen, wie diese psychologischen Faktoren miteinander interagieren. Indem wir diese zugrunde liegenden Probleme mit Verständnis und Fürsorge angehen, können wir älteren Frauen das Selbstvertrauen geben, sexuell zu sein und Glück und Erfüllung in ihren Beziehungen zu finden. Stoizismus ist eine philosophische Idee, die bedeutet, mit Schmerz oder Schwierigkeiten umgehen zu können, ohne zu zeigen, wie man sich fühlt. Dies hat wichtige Auswirkungen auf die sexuellen Erfahrungen älterer Frauen. Diese Philosophie war möglicherweise ein großer Teil der Erziehung und Kultur vieler älterer Frauen, was einen großen Einfluss darauf hatte, wie sie über Sexualität denken und sich in diesem Bereich verhalten. Der Stoizismus basiert auf den Ideen, seine Emotionen zu kontrollieren und selbstdiszipliniert zu sein, was Tugenden sind, die in vielen Kulturen seit Langem geschätzt werden. Für ältere Frauen, die ihr ganzes Leben nach diesen Werten gelebt haben, insbesondere wenn etwas schief geht oder weil dies von der Gesellschaft von ihnen erwartet wurde, kann das Zurückhalten von Emotionen, auch sexuellen, tief verwurzelt sein. Diese reservierte Haltung zur Sexualität kann sich auf verschiedene Weisen zeigen und es schwerer machen, Wünsche auszudrücken und sexuelle Aktivitäten zu genießen. Zum einen könnten ältere Frauen, die stoische Prinzipien befolgen, Ausdauer und Selbstkontrolle höher schätzen als das Streben nach Lust und sexueller Befriedigung als nachrangig oder sogar unwichtig im Vergleich zu anderen Zielen oder Pflichten im Leben betrachten. Der Stoizismus beinhaltet auch die Unterdrückung von Emotionen, was es älteren Frauen schwer machen kann, körperliche Empfindungen mit emotionalen Erfahrungen während sexueller Begegnungen zu verbinden. Diese Distanzierung von Gefühlen und Wünschen könnte es ihnen erschweren, sexuelle Aktivitäten vollständig zu genießen und Lust zu empfinden, was sie emotional distanziert oder abgekuppelt fühlen lassen könnte. Darüber hinaus könnte die stoische Lebensweise Menschen schlecht über ihre sexuellen Wünsche und Handlungen fühlen lassen, insbesondere in Kulturen, in denen das Sprechen über Sexualität verpünnt oder tabuisiert ist. Wenn ältere Frauen an diese negativen Verbindungen denken, könnten sie ihre sexuellen Impulse aus Angst vor Bewertung oder Kritik durch andere verbergen oder unterdrücken. Wenn all dies berücksichtigt wird, wird deutlich, dass eine stoische Einstellung zur Sexualität einen großen Einfluss auf die sexuellen Erfahrungen älterer Frauen haben kann. Um die Auswirkungen des Stoizismus zu verstehen und damit umzugehen, ist ein vielschichtiger Ansatz erforderlich, der berücksichtigt, wie kulturelle Normen, persönliche Überzeugungen und einzigartige Erfahrungen miteinander interagieren. Wir können es älteren Frauen erleichtern, offen über ihre Sexualität zu sprechen, ohne sich schämen zu müssen, indem wir offene Kommunikation fördern, soziale Normen hinterfragen und selbst mit Gefühl und Selbstausdruck unterstützen. Die Überwindung der Hindernisse, die der Stoizismus schafft, ist der einzige Weg, um eine einladendere und hilfreichere Umgebung für ältere Frauen zu schaffen, damit sie ihre sexuelle Identität vollständig erkunden und genießen können. Der Stoizismus lehrt die Menschen, maßvoll mit Sex und Schönheit umzugehen, selbstdiszipliniert zu sein und sich auf ihre inneren Tugenden anstelle ihrer Bedürfnisse zu konzentrieren. Einige Menschen, die Stoiker genannt werden, glauben, dass Menschen mehr Glück und Erfüllung in ihrem Leben finden können, indem sie sich kontrollieren und gute Eigenschaften entwickeln. Dritter gegen den Stoizismus kämpfen und sexuellen Ausdruck fördern Der Kampf älterer Frauen gegen den Stoizismus und die Förderung sexuellen Ausdrucks ist eine komplexe Aufgabe, die einen umfassenden Ansatz erfordert, der gesellschaftliche, kulturelle und persönliche Faktoren berücksichtigt. Im Kern geht es darum, tief verwurzelte soziale Normen infrage zu stellen und eine offene und akzeptierende Sichtweise auf Sexualität im Alter anzunehmen. Um diese Veränderung voranzutreiben, ist es wichtig anzuerkennen, dass der Stoizismus einen großen Einfluss darauf hat, wie ältere Frauen über ihre Sexualität denken. Der Stoizismus, der auf emotionale Zurückhaltung und Ausdauer abzielt, mag in den Köpfen älterer Generationen verankert sein und beeinflusst möglicherweise ihr Denken und Verhalten in Bezug auf Sexualität. Ältere Frauen können beginnen, die Barrieren abzubauen, die sie daran hindern, ihre Sexualität zu genießen und erfüllend zu erleben, indem sie sich bewusst machen, wie sich Stoizismus in ihrem Leben zeigt. Die Anerkennung und Hinterfragung internalierter Überzeugungen und Hemmungen, die sexuellen Ausdruck behindern können, ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Durch gesellschaftliche Normen oder persönliche Erfahrungen können ältere Frauen sich tief beschämt, schuldig oder unzulänglich in Bezug auf ihre sexuellen Wünsche fühlen. Menschen können diese internalierten Barrieren abbauen und eine positivere und selbstbestimmtere Beziehung zu ihrer Sexualität entwickeln, indem sie sich selbst reflektieren und sich ihrer selbst bewusster werden. Um gegen den Stoizismus anzukämpfen, müssen wir gemeinsam altersdiskriminierende Stereotab abschaffen und eine Kultur schaffen, in der sich jeder willkommen und akzeptiert fühlt. Dies bedeutet, offene Kommunikation zu fördern und sicherzustellen, dass ältere Frauen über ihre Gefühle, Sorgen und Wünsche sprechen können, ohne Angst haben zu müssen, verurteilt oder beschämt zu werden. Wir können die Art und Weise ändern, wie Menschen über das Älterwerden und die Ausübung von Sexualität denken, indem wir ihre Stimmen und Erfahrungen hörbar machen. Dadurch wird die sexuelle Selbstbestimmung und Autonomie älterer Frauen anerkannt. Um sexuellen Ausdruck im Alter zu akzeptieren, müssen sich gesellschaftliche Einstellungen und Normen ändern. Wir müssen altersbezogene Vorurteile beseitigen und eine differenziertere und verständnisvollere Sichtweise auf Sexualität im gesamten Leben entwickeln. Dies bedeutet, sexuelle Aufklärung zu fördern, die die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erfahrungen älterer Menschen berücksichtigt, sowie den Zugang zu Ressourcen und Unterstützungsdiensten zu ermöglichen, die ihnen bei möglichen Problemen helfen können. Indem wir den Stoizismus herausfordern und sexuellen Ausdruck fördern, können wir einen akzeptierenderen und stärkenden Raum schaffen, in dem ältere Frauen ihre Sexualität ohne Scham oder Stigmatisierung erkunden und genießen können. Diese lebensverändernde Reise könnte zu mehr Glück, Erfüllung und Nähe im Alter führen und das Leben älterer Frauen und aller anderen verbessern. Die Förderung offener und gesunder Gespräche über Sexualität unter älteren Frauen ist ein wesentlicher Weg, um lang bestehende Barrieren abzubauen und gesunde sexuelle Beziehungen zu fördern. Wir können älteren Frauen das Vertrauen und die Authentizität geben, um über ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen zu sprechen, indem wir Räume schaffen, in denen diese Gespräche stattfinden können, ohne Angst vor Verurteilung oder Beschämung haben zu müssen. Eine umfassende Unterstützungsstruktur anzubieten, die den vielfältigen Bedürfnissen und Erfahrungen älterer Frauen gerecht wird, steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen. Dies beinhaltet nicht nur den Zugang zu Informationen und Ressourcen zur sexuellen Gesundheit und Intimität, sondern auch den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken mit medizinischem Fachpersonal, Beratern und Gleichaltrigen, die Verständnis haben und nicht verurteilen. Um Menschen bei solchen Gesprächen zu helfen, ist es auch wichtig zu verstehen, wie sich unterschiedliche Überzeugungen, kulturelle Normen und gesellschaftliche Ansichten über das Altern und die Sexualität gegenseitig beeinflussen. Um älteren Frauen bestmögliche Unterstützung und Anleitung zu bieten, ist es wichtig, die spezifischen Probleme und Risiken zu verstehen, mit denen sie konfrontiert sind, wie beispielsweise Symptome der Menopause, langfristige Gesundheitsprobleme und Veränderungen in ihren Beziehungen. Neben der Förderung von Gesprächen und Unterstützung ist es sehr wichtig, jegliche strukturellen Barrieren zu beseitigen, die älteren Frauen den Zugang zu sexueller Gesundheitsversorgung und Ressourcen erschweren könnten. Dies könnte bedeuten, sich für Maßnahmen und Programme einzusetzen, die die Gesundheitsversorgung altersfreundlicher gestalten, den Zugang zu sexueller Aufklärung erleichtern und gegen Altersdiskriminierung in Gesundheitssystemen kämpfen. Auch das Ausstatten älterer Frauen mit den Werkzeugen, um ihre sexuelle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auszuüben, ist ein wesentlicher Bestandteil der Förderung gesunder sexueller Beziehungen. Dazu müssen sie gegen altersbezogene Stereotype kämpfen, die dazu führen, dass sie sich weniger sexuell wertvoll und gültig fühlen und für ihr Recht auf Lust, Intimität und Selbstausdruck in allen Lebensphasen eintreten. Wenn wir einen Raum schaffen, der die sexuelle Autonomie älterer Frauen wertschätzt und respektiert, können wir Beziehungen aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt, Kommunikation und Zustimmung beruhen. Dies macht nicht nur die Menschen glücklicher und gesünder, sondern trägt auch zum übergeordneten Ziel bei, sexuelle Gesundheit und Gleichberechtigung in jedem Alter zu fördern. Um Barrieren abzubauen und gesunde sexuelle Beziehungen zu fördern, ist es wichtig, offene Gespräche über Sexualität zu führen und älteren Frauen starke Unterstützungssysteme zu bieten. Indem wir ihnen mehr Handlungsmöglichkeiten geben, ihre Stimmen hörbar machen und ihre Sexualität anerkennen, können wir die Gesellschaft offener und akzeptierender gestalten, damit ältere Frauen mit Stolz und Selbstsicherheit ihre Sexualität ausleben können. Der Stoizismus fordert die Menschen auf, in Bezug auf Sex und Schönheit maßvoll zu sein, Selbstbeherrschung auszuüben und sich auf ihre inneren Tugenden statt auf ihre Wünsche zu konzentrieren. Einige Menschen, die Stoiker genannt werden, glauben, dass Menschen mehr Glück und Erfüllung in ihrem Leben finden können, indem sie sich selbst kontrollieren und gute Eigenschaften entwickeln. 4. Sexuelle Aktivität ist gut für den Körper und Geist älterer Frauen Forscher, die die physischen und emotionalen Vorteile sexueller Aktivität bei älteren Frauen untersuchen, finden viele Vorteile, die weit über den reinen Spaß hinausgehen. Auf physiologischer Ebene kann sexuelle Aktivität eine Kettenreaktion positiver Effekte auslösen, die für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden insgesamt gut sind. Eine der wichtigsten körperlichen Vorteile sexueller Aktivität besteht darin, dass sie dazu beitragen kann, ihr Herz gesund zu halten. Nach Forschungsergebnissen kann regelmäßige sexuelle Aktivität bei älteren Frauen die Herzgesundheit verbessern, indem sie den Blutfluss erhöht, den Blutdruck senkt und das Herz besser arbeiten lässt. Dies senkt das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen. Die rhythmischen Muskelkontraktionen während sexueller Aktivität sind auch eine Form von gelenkschonendem Training, das dazu beiträgt, dass ihr Herz gesund bleibt. Außerdem wurde gezeigt, dass sexuelle Aktivität die Beckenbodenmuskulatur stärkt. Diese Muskeln sind sehr wichtig, um die Beckenorgane zu unterstützen und sie trocken zu halten, wenn sie urinieren oder Stuhlgang haben. Sexuell aktiv zu sein oder sich selbst zu befriedigen, bei denen beide die Beckenbodenmuskeln kontrahieren, kann älteren Frauen helfen, ihre Muskeln zu stärken und das Risiko von Beckenbodenerkrankungen wie Harninkontinenz und Beckenorgansenkung zu verringern. Sexuelle Aktivität kann auch bei Wechseljahresbeschwerden helfen, zu denen Hitzewallungen, vaginale Trockenheit und Stimmungsschwankungen gehören. Die Wechseljahre sind ein natürlicher Prozess, der mit Hormonveränderungen und körperlichen Symptomen einhergeht. Während der sexuellen Erregung werden Endorphine und andere Glückshormone freigesetzt. Diese Hormone können älteren Frauen bei Wechseljahresbeschwerden helfen, den vaginalen Bereich feuchter zu machen und ihr allgemeines sexuelles Wohlbefinden und ihre Zufriedenheit zu verbessern. Neben den positiven Auswirkungen auf den Körper hat sexuelle Aktivität viele positive Effekte auf die Emotionen älterer Frauen. Sexuelle Intimität und Nähe zu einem Partner können sie sich nahe, geliebt und verbunden fühlen lassen, was ihre emotionale Gesundheit verbessern und sie glücklicher in ihrer Beziehung machen kann. Oxytocin, das manchmal als Liebeshormon bezeichnet wird, wird während der sexuellen Aktivität ebenfalls freigesetzt. Dieses Hormon stärkt die emotionale Bindung zwischen Partnern, indem es ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Vertrauen und Verbundenheit vermittelt. Die Tatsache, dass sexuelle Aktivität gut für den Körper und Geist älterer Frauen ist, zeigt, wie wichtig sie für ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden ist. Durch Anerkennung und Förderung dieser Vorteile können wir älteren Frauen das Selbstvertrauen geben, sexuell aktiv zu sein und die vielen körperlichen und emotionalen Vorteile zu genießen, die damit einhergehen. Darüber hinaus kann eine Gemeinschaft, die sexuelle Ausdrucksmöglichkeiten und Intimität wertschätzt, sowie für alle unterstützend und offen ist, die Lebensqualität älterer Frauen verbessern und sie insgesamt glücklicher und erfüllter machen. Die Gesellschaft kann einen großen Schritt tun, um älteren Frauen dabei zu helfen, ihr sexuelles Leben in vollen Zügen zu genießen und auszuleben, indem sie komplexe psychologische Probleme im Zusammenhang mit Sexualität erkennt und anspricht, insbesondere den weit verbreiteten Einfluss des Stoizismus. Wenn man die psychologischen Aspekte von Sexualität betrachtet, sieht man, wie Glaubenssätze, Einstellungen und gesellschaftliche Normen die sexuellen Erfahrungen älterer Frauen beeinflussen. Die Idee des Stoizismus, der Ausdauer und das Unterdrücken von Emotionen betont, gehört schon lange Zeit zu den gesellschaftlichen Normen, insbesondere für Frauen. Frauen lernen oft von klein auf, die Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen über die eigenen zu stellen. Sie internalieren stoische Werte, die sie davor zurückschrecken lassen, ihre Wünsche und Freuden zu zeigen, insbesondere wenn es um Sexualität geht. Diese stoische Einstellung kann es älteren Frauen schwer machen, ihre sexuellen Bedürfnisse zu genießen und zu erfüllen. Menschen möchten möglicherweise nicht offen ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern können, weil sie starke Überzeugungen darüber haben, was richtig, bescheiden und selbstlos ist, was dazu führen kann, dass sie sich wegen sexueller Ausdrucksweise schämen oder schuldig fühlen. Stoizismus kann es auch erschweren, körperliche und emotionale Erfahrungen während sexueller Begegnungen miteinander zu verbinden. Stoische Vorstellungen können es älteren Frauen schwer machen, intime Momente vollständig zu genießen und sich ihnen hinzugeben, was dazu führen kann, dass sie sich emotional distanziert oder von ihrem Vergnügen und ihren Wünschen abgekoppelt fühlen. Der Umgang mit den Auswirkungen des Stoizismus erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene Maßnahmen umfasst. Um älteren Frauen dabei zu helfen, stoische Überzeugungen zu erkennen und zu verändern, die sich möglicherweise auf ihren sexuellen Ausdruck auswirken, müssen sie sich selbst besser kennenlernen und achtsam mit sich umgehen. Der Zugang zu therapeutischen Interventionen wie kognitivverhaltenstherapeutischer Behandlung oder achtsamkeitsbasierten Praktiken kann ihnen helfen, ihre Gefühle und Bedürfnisse in einer sicheren und annehmenden Umgebung zu erkunden. Um den dominierenden Einfluss des Stoizismus auf gesellschaftlicher Ebene zu durchbrechen, müssen Menschen gemeinsam daran arbeiten, Geschlechternormen und Erwartungen in Frage zu stellen, die die weibliche Sexualität verbergen. Dies bedeutet, die sexuelle Bildung zu unterstützen, die die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse älterer Frauen berücksichtigt, sowie sich für Politiken und Programme einzusetzen, die die sexuelle Gesundheit und das Wohlbefinden aller in den Vordergrund stellen. Die Schaffung einer kulturoffener Kommunikation und Akzeptanz in Bezug auf Sexualität ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sich ältere Frauen sicher genug fühlen, um ihren Wünschen und Vorlieben nachzugehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, verurteilt oder beschämt zu werden. Die Gesellschaft kann die sexuelle Selbstbestimmung und Autonomie älterer Frauen unterstützen, indem sie ihnen mehr Möglichkeiten bietet, ihre Stimmen und Erfahrungen zu teilen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Sexualität im Alter in vollem Umfang zu genießen und zu feiern. Es können große Schritte unternommen werden, um älteren Frauen dabei zu helfen, ihr sexuelles Leben in vollen Zügen zu genießen, indem man die psychologischen Aspekte der Sexualität erkennt und diskutiert, insbesondere die Rolle des Stoizismus. Wir können einen offenen und kraftvolleren Raum für ältere Frauen schaffen, sich sexuell auszudrücken und Erfüllung zu finden, indem wir uns auf uns selbst konzentrieren, für andere sprechen und unsere Denk- und Handlungsweise als Kultur ändern. Im Mittelpunkt dieses ganzheitlichen Ansatzes steht die Idee, dass psychologische Faktoren wie der Stoizismus einen großen Einfluss auf das sexuelle Leben älterer Frauen haben. Stoizismus, der emotionale Zurückhaltung und Ausdauer betont, kann beeinflussen, wie ältere Frauen über ihre Sexualität nachdenken und mit ihr umgehen, was ihre eigentliche Fähigkeit beeinflussen könnte, ihre Wünsche auszudrücken und Lust zu empfinden. Durch die Anerkennung der Auswirkungen von Stoizismus und anderen psychologischen Barrieren können wir beginnen, diese tief verwurzelten Überzeugungen zu durchbrechen und älteren Frauen die Werkzeuge geben, die sie benötigen, um ihre Sexualität selbstbewusst und unabhängig anzunehmen. Darüber hinaus ist es wichtig, ein tiefes Verständnis für die Gesellschaft als Ganzes zu haben, um strukturelle Barrieren abzubauen und offene Gespräche über Sexualität im späteren Leben zu fördern. Altersstereotypen und die damit verbundene Scham, über die Sexualität älterer Frauen zu sprechen, werden oft durch gesellschaftliche Normen und Erwartungen verstärkt, was zu einer Kultur des Schweigens und der Ausgrenzung führt. Indem wir diese Stereotypen bekämpfen und offene Kommunikation fördern, können wir die Welt zu einem besseren Ort für ältere Frauen machen, wo sie sich wertgeschätzt, respektiert und frei fühlen, ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche zu erkunden, ohne sich Sorgen um Verurteilung oder Peinlichkeit machen zu müssen. Auch das Durchbrechen von Tabus und die Förderung einer Kultur der Akzeptanz und des Verständnisses erfordert die Förderung offener Dialoge und die Gewährleistung von sicheren Orten, an denen Menschen über Sexualität sprechen können. Indem wir Menschen empathischer und mitfühlender machen und älteren Frauen mehr Erfüllung in ihren sexuellen Beziehungen ermöglichen, indem wir ihrer Stimmen mehr Gewicht verleihen und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt von Gesprächen über sexuelle Gesundheit und Wohlbefinden stellen. Im Grunde genommen können wir einen Ort schaffen, an dem sich ältere Frauen in ihrer Sexualität und ihren Erfahrungen unterstützt, fähig und wertgeschätzt fühlen, indem wir einen ganzheitlichen Ansatz wählen, der sowohl die psychologischen Faktoren als auch das größere Bild der Gesellschaft betrachtet. Wir können Stereotypen bekämpfen, Barrieren abbauen und eine Kultur der Akzeptanz und Inklusion schaffen, in der sich jeder, unabhängig vom Alter, frei fühlt, sexuell zu sein und erfüllende sexuelle Beziehungen zu haben, indem wir aufklären, uns einsetzen und tiefe Gespräche führen. Vielen Dank, dass Sie sich uns bei diesem interessanten Blick auf die Sexualität älterer Frauen angeschlossen haben. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die sexuelle Gesundheit älterer Frauen als Ganzes zu betrachten und sowohl psychologische Faktoren wie den Stoizismus als auch das größere Bild der Gesellschaft zu berücksichtigen, um sie zu verstehen und zu unterstützen. Nun sind Sie an der Reihe, über das Gelernte nachzudenken. Welche Erkenntnisse sind Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben? Gibt es Teile von dem, worüber wir gesprochen haben, die Sie in Ihrem eigenen Leben verwenden möchten? Bitte teilen Sie uns Ihre Gedanken im untenstehenden Feld mit. Ihr Feedback ist wichtig für uns und trägt dazu bei, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der Menschen voneinander lernen und einander verstehen können. Wenn Sie etwas aus diesem Video gelernt haben und es Sie zum Nachdenken gebracht hat, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar, geben Sie einen Daumen nach oben, teilen Sie es und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos wie dieses. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir freuen uns darauf, dieses wichtige Gespräch fortzusetzen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.